Was geht ab, meine Sie, Fighter, Rosario und heute in einem speziellen Video, denn wir werden vielleicht zweierlei abhaken. Ihr seht jetzt zum einen, was Super Buu, Super Buu, Freunde, wird aktuell für die globale Version erwartet, dass er als nächstes kommt, im nächsten Banner. Denn, warum? Er wurde in die Daten hinzugefügt, in der letzten Wartung jedoch inaktiv. Indem ich das aufnehme, ist er noch inaktiv. Also dies wiederum heißt, wir haben kein Datum für ihn, wir wissen nicht, wann genau er kommt, aber wir erwarten ihn für Neujahr mit der Neujahr Celebration. Und danach sollte dann, nachdem Super Buu offline geht, langsam ab Mitte Januar bis Ende Januar, die Dragon Ball Super Broly Movie Charaktere für Global kommen. Deswegen so viel zu Super Buu und zu der Lage zu Global. Aber, warum habe ich ihn jetzt hier? Denn Super Buu ist der Leader der Enhanced Transformation Charaktere und in der Enhanced Transformation Kategorie ist Broly und Gogeta, Freunde. Wir können hier Broly und Gogeta in einem Team spielen, ich werde sie auch wahrscheinlich in eine Rotation lassen. Und dann habe ich noch Goku Black, Ui Goku und Evo Vegeta drin. Das ist so quasi die Transformation Kategorie, also das Transformation Team. In der Enhanced Transformation Kategorie sind natürlich andere Charaktere, außerhalb nur Charaktere, die sich transformieren können durch die Passive. Aber, krass, dass man einfach jetzt komplett ein komplettes Team bauen kann mit Transformation Charaktere. Deswegen freue ich mich darauf, dieses Team showcasen zu können. Und das meinte ich mit diesem Special Video, dass man legit einfach Broly und Gogeta in einem Team spielen kann, außerhalb einem All-Types-Lead, also einem Kategorie-Team. Aber auch Ui Goku, Vegeta und den Goku Black. Ich bin einfach darauf gespannt, das ist so ein Fun-Team, sage ich mal. Deswegen würde ich sagen, wir springen zuerst in das Event von Broly rein und dann in das von Gogeta und schauen uns mal an, was die Charaktere da so drauf haben. Gut, Freunde, und wie gesagt, wir sind erstmal im Event von Broly. Und dieser Aguil Broly, wie gesagt, der ist wirklich übertrieben gut. Jedenfalls, wir haben natürlich direkt Pech. Broly ist in der anderen Notion, beziehungsweise auch in der Ausdauer Notion, das macht nichts. Wir können das trotzdem das Ganze mal so halten. Ich bin echt darauf gespannt, wie Broly und Gogeta in einer Notion funktionieren werden. Und in der anderen, welche an Ui Goku und Evo Vegeta halten, das wird auch auf jeden Fall gut funktionieren, denke ich. Aber es ist einfach mal, wie gesagt, so ein Fun-Team. Wobei, mit Fun-Team meine ich nicht, dass das Team schlecht ist. Trotzdem ein gutes Team, so ist es nicht. Denn Enance dann zu Mansion-Cathrin oder Buu gibt dieser Kittlus-3-HP-Attemptment auf 150%. Also die Charaktere bekommen auch auf jeden Fall einen soliden Boost. Aber das Geile ist halt so, Broly und Gogeta, den neuesten Broly und Gogeta in einer Notion zu sehen. Darauf bin ich echt gespannt. Und genau, soviel zu dem Video, Freunde. Wie gesagt, die aktuelle Lage für Global habe ich gerade erzählt. Ich weiß, by the way, nicht, ob ihr schon Bescheid wisst, bevor ihr das Video seht. Weil ich warte da quasi, ich habe mich da noch nicht dazu geäußert, weil ich warte da, bis die Charaktere nicht mehr inaktiv sind. Sondern bis wir den Release-Datum haben oder beziehungsweise bis das Neujahres-Kampagne anfängt. Und wie gesagt, kann es gerade sein, dass ich in der Vergangenheit rede. Weil vielleicht ist das Ganze schon passiert. Nur quasi, ja, damit es mal gesagt ist, sag ich mal. Jedenfalls, aber Buu werden wir rein- und raussortieren, weil ihr merkt schon, Buu, der macht hier legit gar nichts. Der ist halt einfach nur da für den Leader-Skill. Buu an sich ist wirklich ein sehr guter Charakter. Falls ihr euch fragt, was hat Buu drauf? Super Buu. Ich habe dazu ein Video gemacht. Das Show-Kist-Video könnt ihr euch gerne ansehen. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich den Link in die Beschreibung setzen, wenn ich es vergesse. Erinnert mich bitte dran. Vielen Dank. Außerhalb davon aber sage ich jetzt schon mal, man muss für Buu nicht summonen, wenn er auf Global kommt. Aber das besprechen wir dann alles, wie gesagt, in den einzelnen Videos zu Buu, wenn das Ganze kommt. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf dieses Team. Genau. Jetzt haben wir Broly und Gogeta. Oh, Broly und Gogeta in einer Rotation. Oh mein Gott, wenn sie sich dann beide auch noch transformieren, wie geil wird denn das? So, Broly und Gogeta, Freunde. Genau das ist es. Ich meine, die beiden kommen schon so auch richtig gut zurecht. Broly selbstständig durch die Passive. Und Gogeta, unser Boy, hat auch Prepare for Battle etc. Also passt das Ganze. Machen wir das Ganze mal so, lass mal so. Broly und Gogeta, was teilen sich? Sie sollten sich teilen, so frei Kopf. Auf jeden Fall haben sie Super-Szenen, ganz klar. Super-Szenen, 4s Battle, Prepare for Battle haben sie am Start. Und dann Sane Warrior Race. Vier Links jetzt. Genau das. Mehr sollten es nicht sein, denke ich. Broly hat Prodigies, Gogeta hat das nicht. Broly hat Berserker, Gogeta hat das nicht. Gogeta hat Golden Warrior, Ding hat das nicht. Und dann sofort. Oh, das sollten die vier Links jetzt sein, die ich genannt habe. Aber, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was auf dem Radar stand. Wir haben ja natürlich keine Support etc. Ich habe ja einfach nur das Team komplett mit reingenommen. Und, wartet mal, wartet mal. Wir haben ein komplettes Enhanced Transformation Team. Ich bin drauf gespannt, wie viele Transformationen wir in einem Event sehen werden. Wir sind jetzt in einem Event von Broly. Danach gehen wir in das von Gogeta. Und, ich bin mal drauf gespannt, wie viele Transformationen wir sehen werden. Weil, das ganze Team kann sich eigentlich transformieren. Brutal wäre es, wenn sich das ganze Team transformiert. Wäre sogar machbar. Einziges, was vielleicht uns im Weg stehen könnte, wäre... Okay, perfekt. Evoliert hat sich transformiert. Wir hatten nämlich ab der vierten Runde eine 30%ige Chance. Was uns im Weg stehen könnte, wäre die HP. Weil, wir müssen für Goku Black sechs Runden 80% drüber sein. Und für Uyegoku 50% und drunter. Und ich weiß nicht, ob das mit Uyegoku triggern wird. Bu, äh, Transformationen, ab Anbeginn der fünften Runde, je nach, ähm, je nach HP. Wenn wir 80% und drüber sind, wird er zu Bu haben. Zwischen, zwischen Wasserhaus, bevor ich euch Mist erzähle, das einfach mal ganz kurz nachgucken. Zwischen, 50 und 79 zu Bu Tanks. Und zwischen, ja, 49 und drunter dann zu Bukolo. Und Bukolo wäre in diesem Setup eigentlich so das angenehmste, weil er dann Kegel für jeden etc. Aber egal. Aber egal. Also ich bin echt, jetzt bin ich echt draufge... Eigentlich ist es in Broly's Event gar nicht so unrealistisch, dass wir alles schickern. Zumal, dass wir auch unter 50% fahren, weil Broly... Der escalt komplett. Der macht schon viel Schaden, da müsst ihr aufpassen. Aber trotzdem, gucken wir mal, ob das funktioniert oder nicht. Wie ist das meine? Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat und hier kommt auch die Transformation von Bu zu Bu an, dann gebt ihr ganz auf jeden Fall Like. Und falls ihr neu seid, Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, drückt auch auf den Abo-Button, damit ihr den Zug nicht zerpasst. Jede Unterschlösung zählt auf jeden Fall. Und über jede mich natürlich dankbar, Freunde. Und genau, auf eine weitere geile gemeinsame ZEW! Ja, mit zwei Transformationen! Zwei Transformation von Bu an und einmal von Broly. Genau das. Und Freunde, Broly und Greta Transformation, die sind so easy. Einfach vierte Runde, fünf Runde, fertig. Und dann transformieren die sich. Keine Abhängigkeit von HP. Broly und Greta transformieren sich zusammen. Wir sind schon in der fünften Runde. Oh mein Gott! Das ist geil zu sehen. Broly und Greta transformieren sich zusammen in eine Rotation. Auch noch. Dann Bu an ist auch noch am Start, weil er einfach dazugehören möchte. Okay. Also, jetzt bin ich verdammt nochmal drauf geschwunden, was hier abgeht, Freunde. We, war 1,5,5. 1,8. Ob es sich irgendwas mit Bu an zu haben. Also, ne, ich glaube nicht, was extra dazukommt. Was hat das? 1,8, 9. Ne, ne. Alles gut, alles gut, alles gut. Genau, Freunde. Jetzt, okay, Greta wird ihn eh zerstören. Greta hat hier natürlich... Der macht die Fernmatch schaden. Aber wie geil war denn das, das jetzt zu sehen? Vielleicht hätte ich Broly nach Link stellen sollen. Dann hätten wir... Ah, nein! Nächste Runde kommt Rosé, glaube ich, wenn er in der Rotation ist. Oh mein Gott, die Super-Attacks sind so geil aus. Die Super-Attacks sind so geil aus. Boom! Okay, der hat's überlebt, der hat's überlebt. Aber die Deutschen sind halt am Start. Also, die Greta Blu ist so ein brutaler Charakter. Jetzt kommt noch Broly hinterher. Oh, das ist so voll... Ey, das Team macht Spaß. Das Team macht übertrieben Spaß. Einfach Greta und Broly zusammen zu sehen, ist übertrieben cool. Oh mein Gott. Raus mit dir, mein Freund. Natürlich hat die Greta quasi... Der macht mehr Schaden, weil wir im Broly-Selenz sind. Danach springen wir noch in das von Greta rein. Dann werden wir auch sehen, was Greta drauf hat. Oh mein Gott! Fehlt uns legit nur noch eine Transformation in dem Team. Und das wäre das von Uigoku. Oh mein Gott. Wie geil ist es schon geil. Guck mal. Bam! Wenn er jetzt auch noch mit Broly... Ja, okay. K-3 und so. Okay. K-3. Broly braucht keine K-3. Oh, aber... Wie machen wir das? Weißt du was? Ich lasse mal so. Vielleicht fallen wir... Ah, ich glaube aber nicht, dass wir unter 50% fallen. Also Broly könnte irgendwo begeht er zerstören. Ganz ehrlich. Es könnte ja wirklich noch nach hinten losgehen. Kein Spaß. Der macht übertrieben viel Schaden. Vor allem, wenn er eine Super-Attack startet. Und weil dann tut er mäßig die Verteilung des Gegners denken. Also auch bei uns. Oh, die darauffolgenden Angriffen machen sehr viel Schaden. Also Broly's Event sollte man echt unterschätzen. Das kann nach hinten losgehen. Wie schau, gibt der uns? 43.000. Oh je, ich habe vielleicht... Vielleicht... Warte mal. Bitte lasst uns nicht verlieren. Kann wirklich sein, dass wir verlieren. Also ich erzähle euch keinen Spaß. Wenn der mal jetzt loslegt. Obwohl von den Charaktieren hat Vegeta die meiste Verteidigung sollte eigentlich haben. Kommt drauf an, wie oft er noch sehr geholtet hat. Aber... Das kann gleich legit richtig wehtun. Und ihr seht schon, wir machen kaum Schaden. Okay, oh nein. Oh nein. Oh nein. Zwei. Und jetzt guck mal, die Angriff hat drauf. Siegt Wiesen weg. Was? Was? Oh mein Gott. Lange Zeit nicht mehr verloren. Ohne Spaß. Ah legit, wir machen aber einfach weiter. Ich mache keinen Bock zu resetten oder sowas. Wie viele ich spiele habe? Ah, wir sind jetzt full live, weil ich den Jankzone benutzt habe. Freunde, wie lange ist es ja, dass ich den Jankzone benutzt habe? Legit, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, das allerletzte war in dem Strength Broly Event. Weil das damals rauskam, zu schwer war. Und hier sind wir auch einfach draufgegangen. Aber ey, es passiert, es passiert legit, wenn man nicht aufpasst. Versteht das meine? Aber umso geiler, wirklich, dieser Abschnitt bei Broly ist echt schwer. Da sollte man echt aufpassen auf jeden Fall. Aber ich habe schon gedacht, dass wir dafür... Macht nichts. Ist auf jeden Fall nicht schlimm, Freunde. Wir machen einfach gekonnt weiter. Schade aber, dass wir Uigoku nicht getriggert haben. Schade aber, dass wir Uigoku nicht getriggert haben. Weil, ja, Uigoku, unter 5% sind wir nicht gefallen. Obwohl eigentlich die Chance so gut stehen. Aber wir haben das legit gar nicht überlebt. Jedenfalls bin ich drauf gespannt, wie wir uns bei... Ähm... Gogeta schlagen werden. Und Gogeta seinen Events. Bei Broly, der hält die auf jeden Fall gut ausgestanden. Aber das Team, seid ehrlich. Wie findet ihr das? Lasst mir in den Kommentaren gerne wissen. Auf jeden Fall ein spaßiges Team. Mit den ganzen Transformationscharakteren. Boom, jetzt legen wir mal los. Kommst du mit dir? Wenn ihr so viel zu Broly zu wettet, lasst uns mit dem selben Team noch rüberspringen in das von Gogeta. Gut, und wir sind im Event von Gogeta. Und diesmal, also mit dem selben Team-Setup. Aber diesmal würde ich mal sagen, lasst uns diesmal... By the way, guck mal, Broly kommt einfach total selbst zurecht. Der will ich in seinem Passive, weil er sich einfach selbst kriege. Lasst uns diesmal aber vielleicht Evo Vegeta mit Broly in eine Relation halten. Denn Evo Vegeta und Broly, die teilen sich Prodigies, Prepare for Battle, Super Saiyan und Fierce Battle. Also Prodigies sind weitere 10%. Die haben hier dann quasi... What? Prodigies habe ich gesagt, ne? Prodigies Super Saiyan und Fierce Battle. 35% die sich teilen und Angriff-Link-Skills. Genau, this is this. Ah, this is geil. This is wirklich ein guter Partner für Evo Vegeta an sich. Weil Evo Vegeta, den hat legit so... Der hat immer nur Super Saiyan fürs Bett aktiviert, aber nicht mehr. Aber jetzt mit Broly kommt noch Prodigies hinzu. Das ist cool. Darum bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt. Ja, das auf jeden Fall mal so machen. Lass uns mal diesmal Evo Vegeta halten und Ui Goku mit... Äh, wie heißt der? Ha, Gogeta. Immer wie heißt der? Aber normalerweise, ja, keiner weiß. Jedenfalls. Ja, das mache ich das mal, auf jeden Fall. Jedenfalls haben wir dann quasi hier wieder dieses Team im... Nun im Event von Gogeta. Und das Event von Gogeta, wenn wir gleich sehen, ist ein bisschen leichter. Also Broly in der letzten Runde, da müsst ihr echt aufpassen. Der haut da alles links und rechts zur Seite. Hilft euch da ruhig mit Items aus, also ihr müsst da nicht keizen. Hauptsache ihr schafft die Wels und könnt ihr Medaillen farmen, sag ich mal, ne? Diesen Vegeta hätte ich auch noch gern. Diesen Vegeta hatte ich auch noch übertrieben gerne, Freunde. Da habe ich auch drauf gespannt, was noch geht. Denn ich bin bei Greta im... Zweiten Multi. Heißt, wenn ich noch zwei Multis mache, bekomme ich den letzten Grad gratis. Und sowas mache ich dann gerne in Streams. Heißt, wenn ihr gerne vorbeischauen wollt in Streamplan... Wenn ihr gerne vorbeischauen wollt in den Streams. Der Streamplan ist in der Beschreibung. So gesagt, könnt ihr das gerne machen. Und wenn ich da dann quasi auf die Zones komme, dann haue ich die einfach so mal raus, sag ich mal. Und genau. Jedenfalls, okay, wir tun hier... Ich bekomme es also sofort, als würde ich in den letzten Minuten die ganze Zeit jedenfalls sagen. Aber, ob so oder so... Jetzt haben wir ein neues Wort. Ob so oder so. Ob so oder so. Haben wir jetzt quasi hier... Wie heißt unser Boy? Goku Black. Goku Black, was teilt uns hier mit Broly? Hey, prepare for battle, fierce battle. Das soll es gewesen sein. Mehr oder weniger. Ja, das soll es legit gewesen sein. Aber, ja. Das ist... Das Geile am Team ist, dass wir die Transformationen schickern. Ich bin mir nicht sicher... Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier aber... Oh, mein Gott. Danke. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle Transformationen jetzt bei Gorita schickern können. Bei Broly wäre es eigentlich die beste Chance gewesen, aber... Da einmal unter 50 zu fallen... Wer weiß? Vielleicht, vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. Vielleicht machen wir mal... Vielleicht wollen wir das mal... Vielleicht wollen wir das mal... Erzwingen. Dass wir unter 50 fallen, dass ich Uigoku transformiert. Und dann lasse ich mich hochheal, dass er in Goku Black transformiert. Das wäre echt cool. Das wäre jetzt mein Ziel hier. Für dieses... Für diesen Part. Für den Kampf gegen Gorita. Dass wir alle im Team transformiert haben. Das wäre geil. Oh, wen greift er an? Greift er Uigoku, oder? BD? Wen greifen sie an? Achso, lol. Ich habe angegriffen. Ich dachte schon, hä? Das ist ja meiner. Ich habe angegriffen. Okay. Ja. Superboom. BD können sie vielleicht... Ja, wenn er eine Super Attack bekommt, könnte es vielleicht wehtun. Superboom. Keine Super Attack. Einfach nur... Normale Auto Attack kassieren. Wie viel kann sie denn? 35.000? Okay. Okay. Also Superboom ist auch tanky. Also, machen wir jetzt. Jetzt aber. Boom! Wir haben zum einen die Broly-Transformation. Wir sollten ein bisschen Superboom drin. Wir sollten aber dann keinen Buan bekommen, weil wir jetzt unter 80% sind. Okay, er ist noch nicht drin. Evo Vegeta. Warte, nicht lang. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Wow, wir müssen noch ein bisschen Schaden bekommen. Die Sache mit Evo Vegeta ist... Ab Angegen der 5. Runde hat er eine Prozent. 30% war es, glaube ich, dass er sich transformiert. Das ist jetzt auch so eine Sache. Normalerweise ist Evo Vegeta-Transformation eines, die sich häufig triggert. Aber bei Broly ist er einfach 4. Runde fertig. Er transformiert sich. Okay, Evo Vegeta bekommt auch... Oh, der bekommt nicht so viel Schaden. Evo Vegeta, du kannst ruhig ein bisschen mehr Schaden bekommen. Weil wir wollen Uiguku transformieren. ULTI Evo Vegeta, bitte, bitte. Ist schon komisch, wenn man Schaden bekommen will. In dem Event. Ist schon komisch. Aber ich hätte es gerne einfach... Ich hätte es einfach... Ich würde einfach versuchen, dass wir alles transformiert bekommen. Aber er hört sich komisch an, ne? Wenn man Schaden bekommen will. Nein! ULTI EEN DOCH! Man, wir sind nicht unter 50%. Broly wird ihn zur Seite hauen. So viel zu den Dreams. Dass wir das alles transmit mitbekommen. So viel zu den Dreams. Broly, da tut ja alles links und rechts umhauen. Naja, wir sind schon in der letzten Stufe. Schade im Kampf gegen Broly. Wir hätten es fast geschafft. Kampf gegen Broly hätten es fast geschafft. Okay, immerhin sehen wir mal eine Abwechslung. Der wird jetzt zu Buu-Tanks. Wobei die von Bukolo geiler ist. In Sachen Support-Aspekt. Der ist so ein Allrounder, sag ich mal. Aber machen wir jetzt Buu-Tanks auch nicht schlecht. Wie der herabschaut, Leute. Keine weiß. Und wir haben Gogeta Blue. Sock! Ey, die Transformation von Gogeta Blue und Broly. Sieht so geil aus einfach. Ich finde an sich das Design richtig geil. Das ist ja von dem Dragon Ball Super Broly-Fiem natürlich. Ich finde jetzt heißt es den übelst geil, finde ich immer jetzt an. Jeder hat so seinen Eigengeschmack, aber ich finde es übertrieben geil. Oh, wie machen wir das jetzt? Wollen wir es versuchen? Ich weiß nicht. Der könnte uns auch legit... Weißt du was, wir machen das so? Wir machen das so. Bam. Wir machen das mal so. Vielleicht geht das. Vielleicht geht das. Lass uns... Vielleicht versuchen wir es mal so. Aber ja, die Sache ist sie. Goku Black ist nicht transformiert. Goku Black ist aber auch so, wie es aussieht. Wenn Evo weht, dass er sich nächste Runde transformiert. Und dann Uigoku drauf. Ah ne, das wird nicht gehen, weil Rosé kommt in die Runde zu mit Uigoku rein. Und wir sind dann unter 50% und Rosé muss über 80. Der Dreams legit. A man has dreams. Die ist ja eine Option. Geil, oder? Ich finde, Gogeta Blue hat es mir übertrieben angetan. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber der hat es mir übertrieben angetan. Der sieht übertrieben geil aus. Charakter an sich. Gogeta Blue ist es. Freunde, wo sind wir angeleinkt? Gogeta Blue, ne? Oh, mein. Jedenfalls, Uigoku ist ja noch am Start. Der macht auch noch sein Ding. Ich glaube, wir können leider nicht das ganze Team transformieren. Ist nicht schlimm, auf euch. Ja, sei, was passiert noch? Das wäre geil. Wir sind jedenfalls unter 50%. In der nächsten Runde sehen wir dann Bukulo. Falls ihr euch fragt, was ist kein Bukulo? Ich rede die ganze Zeit vom Bukulo. Er gibt jedem Typus Kippus 3, hat ein Heal am Start durch die Passive. Und er hat noch ein Angebot. Ich gucke gleich rein, ich gucke gleich rein. Jetzt komm mal her, Piccolo. Und ich finde die Transformation Bukulo, die hat am meisten Nutzen, sage ich mal. Von den ganzen Transformationen, die er super gut drauf hat. Komm mal ran jetzt. Buh, wie der herabschloss. Ah, Evo geht das auch nicht ganz mit. Ja, okay, die Sachen haben wir gegessen. Und zwar folgendes mit Bukulo am Ende, wenn wir uns das noch betrachten dürfen. 15% hielt er sich, attack 100% hat er und gibt jedem Kippus 2 und auf die Verteidung 30%. Also der ist wirklich gut, das meine ich mit dem Nutzen. Freunde, ob so oder so, wir beenden das Ganze. Broly sollte das beenden. Ich denke jetzt alles den Broly's Händeln, wenn wir das nicht beenden, ist dann haben wir verloren. Wenn das nicht beenden, ist dann haben wir verloren. Also halt nicht ran. Ich verabschiede mich mal schon langsam. War ein bisschen eine andere Art von Showcase, sage ich mal. Cool war zu sehen auf jeden Fall Greta und Broly in einem Team, in einer Relation. Wir hätten fast alles transmit bekommen, aber ich fand trotzdem den Kauf gegen Broly's auf jeden Fall witzig und geil. Aber wir haben auch den Tipp noch verloren. Also lange Zeit war sehr, dass man Stone verbraucht habe. Hättest du schon attack mit der Ulti? Oh mein Gott. Warte, ich verabschiede mich gerade, aber es gibt noch ein bisschen weiter. Wenn der uns jetzt ultet, dann ist Sayonara. Ey Broly, das ist gerade nicht dein Ernst, oder? Dass du den nicht umbekommen hast. Das hat die Sache mit Broly. Er macht zwar garantiert einen additional attack, aber die hat mit 50% geschossen, um den Super-Attack zu sein. Und die ist gerade einfach nicht aufgepoppt. Ich weiß gerade nicht, wie viel Leben ja noch. Evo Vegeta wird wahrscheinlich nicht raus. 75.000? Warte mal. Bukulo und Vegeta bekommen sicherlich... Ach, Evo Main. Evo Vegeta Main. Ich glaube nicht, dass Bukulo 75.000 durch den Outer Attack bekommen. Aber wir sind noch dabei. Wir sind noch dabei. Wir kommen Uigoku noch gechiggert am Ende. Ja, am Ende bekommen wir wahrscheinlich noch... Boah, 12 nur. Freunde, okay, krass. Wir hatten Uigoku im letzten Kampf gegen Broly nicht. Jetzt haben wir gechiggert. Aber Rosé ist auch in der Situation heißt, wir bekommen trotzdem nicht alles gechiggert, weil wir jetzt eh angreifen und Broly down ist. Ey, Go-Guita down ist. Aber, aber... Boah, was ist denn das für eine geile Relation auch mit Ui und Evo und Vegeta Blue. Komm, lass Ui das Ganze mal beenden. Ja, wir haben ihn im letzten Kampf nicht gechiggert bekommen. Jetzt ist er da. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lass mich auf jeden Fall wissen, wie ihr das Ganze fandet. Gebt den ganzen Like, wenn euch das gefallen hat. Vielen Dank fürs Zusehen, solange Ui Gokulo seinen Job macht. Das sage ich auch gleich mal. Tschüss, der sollte das hoffentlich beenden. Freunde, danke für alles. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. Willi, bitte, girl. Mommy, wanna be my word. You a man, bro. Don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done next time you wait. Won't be all right.